So, ich bin von einer langen Reise zurück, meine Freunde. Willkommen. Uh, hast du was mitgebracht? Verspannendes, was zu spielen. Und Schokolade? Schokolade. Hey, lass dich nicht mehr. Ich hab tausend von Bändel. Ich hab erste Hilfesetsets. Von diesen ersten ist jetzt auch wieder ein ganzer Satz voll. Ich hab drei Blutkapseln hier wieder voll. Ich hab noch mal den Glutdrawer-Kit. Oh, ich hör's vom Lüb. Ja, hinten bei mir irgendwo in der Küche. Uh, blind hab ich auch jetzt reingekriegt, wahrscheinlich. Die brauche ich selber, danke. Okay. Wie hoch wollt ihr die Mauer jetzt noch machen? Na nisch, die bleibt zu hoch. Okay. Wie kommen wir da rauf? Gar nicht. Na, ich hab ne kleine Tropen gemacht. Doch, na, siehst du ja da unten ist es. Und dann kommt nochmal ne kleine Stufe nach oben. Oh, ich hör'n Zombie. Schon ganze Zeit. Den such ich ja. Nein! Ich glaube, ihr stimmt dreimal so häufiger an euren eigenen Sachen, wie an den Gegner. Das ist halt nicht ohne. Ihr seid nur scheiß Bauern. Ach, verdammte Hacke. Ja, ich hab keine Ahnung, wo die Gegner sind. Ich sehe gar nichts. Ich hab auch nicht gesehen. Ihr habt ein bisschen zu weit nach vorne gelehnt. Fuck. Hat jetzt hinten die Haustür kaputtgerissen? Was? Welche Haustür? Hinten die Haustür habt ihr kaputtgerissen? Nee, das ist alle kaputt. Gut, dass ihr das zuerst aufbaut. Welche Haustür? Vom Haus ist er ja, die Mauer steht noch. Wie komm' ich jetzt an meinen Rucksack? Wo bist du runtergefallen, oder wie? Ja. Was, wie kannst du denn runterfallen? Ja, genau. Du machst doch unten die Mauer. Ich wollt' gucken. Na toll. Okay, in den Ländern fallen die ersten schon runter. Hier unten liegt da irgendwo. Willst du Frames? Hier, weil ich legte dir jetzt in die Dinger hin. Warte. Da musst du außen rum gehen. Da hinten sehe ich hin. Warte, ich legte hier hin. Schau mal hier vor mir. Und die musste dir rüberlegen über die Spikes dann als Schiene. Von hier oben kommst du aber nie ran. Du musst... Achso, da hinten ist der Zeug. Hat jetzt irgendwann mal jemanden mitbekommen, wo die ne Scheiß-Zombies sind? Ja, hier hinten am Zaun. Ja, hier hinten bei mir. Aber ich geh die anderen jetzt nicht rausgehen. Das ist so ne olle Kreis-Tante. Ja, so, so. Ich glaube, das ist so ne... So immer, die die Zombies ruft. Die hält ja eh nicht was aus, ne? Kriegen wir wieder dooflo rumlöpfen und die Spikes. Ja, weil die nicht mehr Tiefe noch ist. Da, guck mal, wie sie da kommen. Stimmt, das ist die Spikes bringen gar nichts. Die müssen wirklich hochfallen von oben. Ja. Ich geh jetzt nicht mehr den Rucksack holen. Ich geh doch mal den Rucksack jetzt holen. Nein. Stell dir doch nicht so an, jetzt mach doch mal. Wie lange wollen wir jetzt noch warten? Kannst du gleich die Zombies looten, die da sind. Ich hab kein Licht, ich hab gar nichts. Da ist doch ein Licht. Der Strahler da. Warte, ich stell dir einen Strahler hier hin. Also, ich brauch noch jede Menge so ne Strahler-Obsie. Ja, hol mir auch noch weiter gehen. Brauch ich dir mehr. Brauch ich denn noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Dann hätten wir alle Ecken abgesichert. Mit Licht. Ja, ich weiß. Verdammt, da komm ich noch nicht ran. Hm. Macht ihr irgendwas kaputt? Ja, Ecke. Ich seh, hier ist alles duster. Ich hab auch keinen Helm. Kann mal jemand Licht machen? Wo bist denn du? Hier, ich steh hier, links neben dem Haus, rechts neben dem Haus. Ach, genug Blödschaft, ich dir eine Fackel mal hebe. Rechts neben dem Haus? Da hinten. Da wo Obti das Maisfeld schon abgeerntet hat. Da hinten bist du. Wo rennt's denn hin? Hast du doch deinen Rucksack, oder? Nee, ich hab noch nichts. Reicht das hier zum Leuchten? Nee, ich hab gar nichts. Warte, ich komm runter. Ich geb dir eine Fackel. Moment. Achso. Warte, da. Wo? Wie vor der Tür, wa? Na, nimm doch eine. Ja. Genau. Da könnte ich eingehen mit einer Fackel. Dann krieg ich doch die Dinger ja nicht aufstellen. Nee, du sollst es ja sehen. Musst du die anmachen irgendwo. So lustig mit dir. Oh, endlich mal einer hier, der was Vernünftiges macht. Ja. Ja. Komm mit rein. Verdammt, das ist zu hoch. Passt schon so. Boah, ich hätte auch durch die Garage gehen können, ey. Hey, weißt du, alle total geil abgesichert und die Garage ist offen. Oh, ist du da was noch mit? Ja. Scheiß Silinder hier oben. Ja. Ja. Oh, mein Gott, verbraucht da nicht die Schuss. Ich komm nicht ran, ey. 92 Schuss. Ach, das war das, genau. Das ist geile, das Ding. Äh, hock dich hin, wenn du nicht so ran kommst. Also, wenn du zu tief ist. Nein. Wir kommen so nicht ran, ich muss die Spikes kaputt machen. Was? Na, du kannst doch darüber bauen. Ich hab die ganze Mauer gebaut von draußen. Ach, ja. Oh. Ach so, ich verstehe. Na, ist ja, mach kaputt. Kannst ja, komm mal wieder hinstellen, alles. Schade, ich kann jetzt noch mehr Shot-Hunting-Gun-Riffles machen. Leider haben wir ja die ganzen Waffen verloren. Scheiße. Haha, scheiße. Mein, verdammt, da waren ja noch ein paar drinnen. Das war die, die ich letztens mitgenommen hatte. Und die Schrotflinte. Ich würde die jetzt leider herstellen können. Ich hab jetzt genau die Gegenstücke, die mir uns fehlten, hab ich jetzt gekriegt. Aha. Verdammt. Ach, ja. Okay. Okay. Ich sehe dich. Guck mal auf dem Dach. Siehst du mich? Wo? Unten an der Ecke. Da. Warte, ja. Fuck. Ich geh um. Du Depp. Was? Ich muss nach oben. Ich muss wieder Rückendeckung gehen. Mach ich doch. Ja. Ich komm nicht ran, ey. An die Scheiße. Verdammter Hacke. Oh, die Heike ist gestellt da wieder. Aber guck mal, du kannst doch direkt an der Wand laufen. Schau mal. Wenn du vorne einfach den Hauptleinjagen genommen hättest, wo die ganzen Spikes fehlen, du kannst direkt an der Wand stehen. Oh, ich krieg einen Kampf, ey. Oh, ich kriege den. Oh, ich kriege den. Ja, jetzt komm ich gar nicht mehr hoch. Beinah runtergefallen. Beinah. Ich hab den Händel nicht mitgenommen. Was tun da? Er bohrt alles voll. Ja, muss ich doch. Ich komm da nicht hoch. Denk dran, du musst alle wieder wegnehmen. Ach, echt? Oh. Hab ich. Oh, ich werde holen, der ist da. Was? ein Glück, dass wir hinten keine Tür haben im Haus Sehnturig, Nisch Ich lach mich erst so tot, wenn ihr unten durch den Tunnel graben, Alter, ich lach mich so weg Auf jeden Fall müssen wir einen ganz breiten Graben rings ums Haus ziehen und dann den fetten Spikes dann unten reinpacken, wenn sie 10 Meter tief fallen Ja, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Ja So, haben wir das ungeklärt Ähm, bam 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 Auf sie stellst du noch ne Tür her für vorne? So, unten im Zementmixer wird jetzt echter Zement hergestellt Cool Woopi Und jetzt brauche ich nochmal für die fetten Türen Well, boah Steel Forge, na hab ich ja gedacht So, unten im Zementmixer So, unten im Zementmixer So Die So Wie auch k k k k das ist spannend ist schon zu die stadt hergestellt wird bei mir sehen wir wie eine mauer fertig gemacht wird ja und bei mir sind schon über 100 zement jetzt unten drin so meine lieben freunde damit ihr bescheid wisst ich werde jetzt im keller noch mal einen waffensafe aufbauen wo wir die waffensachen einpacken können da kannst du den nicht unten in der mine bauen komme ich da wieder raus ja ich habe ich habe schon eine begehung gebaut aber nur provisorisch wieder raus ja 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 da kommst du raus aber er war ja noch gar nicht drin aber ich habe schon also ist halt wie eine minute vorstellt wie bei den sparen als total verschacht richtung verkantet die einfach mal gucken ist nicht schlecht okay hier scheine sackgasse zu sein hier seid ihr gerade noch dran also sind überall noch sackgassen ja die frage ist jetzt wo stelle ich dann den ganzen ach so und wenn ich lasse es noch dann dann machen wir erst noch vernünftigen raum da unten immer richtig so auspolstern näher mir lieber jetzt gucken wie ich selbst da ist es doch machst du denn noch die türen fertig was mache ich fertig die türen läuft gerade ist alle fertig geworden auch super 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 als nächstes stelle ich dann die tür her dass wir unten den gang in den abgrund genauso safe haben wie um die türen kann ich auch so eine U-Boot-Club oder wie man das nennt da einbauen ähm ich muss euch leider sagen einer von den fernsehgeräten ist perfekt ich hab ja noch einen bei mir im zimmer ich hab meine eigene ok hinten ist jetzt genau so eine fette türen und vorne bräuchten wir dann auch so eine ne ja muss das stelle jetzt erstmal schmelzen guck mal jetzt kommt der fernsehgeräten auch besser auf die guck mal weiße scheiße so jetzt wollen wir mal gucken ja steht hier um bald 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 eventuell wieder runterreise eventuell wieder runterreise so hei will bloß tief genug alter nicht dass wir hier uns selbst kaputt machen baut ruhig so ein paar stützpfeiler ein ihr könnt ja stützpfeiler basteln selber ja ja wenn ich ja dann wollte ich ja machen aber war ja dann kann bitte irgendjemand dieses scheiß Loch da oben vor meinem zimmer mal weg machen nein tut mir leid ich mach jedes mal wieder runter jedes mal halt ja ich bin bei Dankeschön oh ich brauche auch wieder Lamp of Clay zum Schmelzen hab ich 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 warte angeboten warte komm mit ich packe das hier bei mir im Zimmerchen in den Band der hier nicht mehr drin ist 5 ihr seid der richtig gut organisiert hier schmeißen die Toilette hier ähm bei der in die Nightstand ja ja ich bin dabei Flippy im Zimmer Dankeschön ah wir begleiten das liebster was das für mich immer gut was aber guck nicht unten nach unten hat er seine Unterwäsche zu liegen acht A-chan m stä Sat Prümmert plan hab ich zu wenig die r tr vor rum デ Ach, die Fehlern haben wir auch alle verloren. Ja. Jetzt sind wir immer nur über 200. Aber guck mal unten mit mir in der Kiste. Ich hab noch ein paar iPhone-Jagg da einfach drin geschmissen. Ich hab mir alle von geklaut. Oh, ein Zombie. Weil leider kann man ja nicht sehen, wo die Dinger sind. Ach, da unten ist er wieder. Die wollte Richtung Garage. Richtung Mauer von der Seite. Oh, 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 oh. Hm, wie ich das mit die Hängeschränke mache, will ich noch nicht. Und es ist wieder taglige Freunde. Ich lobe mal die Fallen. So, leeren Flaschen. Wir haben so viele leere Flaschen. Was macht ihr damit jetzt eigentlich mal? Movesa, Wasser holen und Tee kommen. Den roten Tee. War aber ja so eh mal gewesen. So soll ich die alle mal voll machen? Achso, ja, dann muss ich mit. Eben mal zum Fluss. Und wenn du so einen roten Blumen findest, dann kannst du die gleich mitbringen. Oder gelbe. Ja, oder gelbe. Rote und gelbe. Ja, alles klar. Nimm man scheu, ich bin nicht alleine. Crossbow. So, wir können jetzt neue Sachen kochen, ne? Ich habe uns jetzt einen Grillrost gemacht. Ja, Mann. Achso, das könnte sehr interessant sein. Hm. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt, aber ich kann es jetzt. Ich weiß nicht, ob uns das ist. Ich weiß nicht, ob uns das ist. Gut, liebe Freunde. Dann werde ich mal wieder auf die Abenteuer gehen, ne? Bis zum nächsten Mal.